So, da bin ich wieder, nachdem mir kurz halt einfach mal Fraps abgeschmiert ist, beziehungsweise nicht Fraps, sondern das Spiel hat Tschüss gesagt. Naja, also unsere Hauptaufgabe ist es, zu den Windmühlen zu gelangen. Yay, Wasser. Äh, dort die wieder zu reparieren, um dann zum Ende oder sowas zu gelangen. Ich habe irgendwie Angst vor diesem Fluro. Aus was bestehst du, Fluro? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da noch mehr Fluros von den anderen Bäumen. Und das missfällt mir. Ui, oh, da kann ich mich hochkatapultieren lassen. Muss ich da oben lang? Ja, muss ich. Ich vermute mal, dass diese Fluros nichts Gutes... Nein! Ah! Das Wasser wendet sich gegen mich! Nein! Äh, ja. Lass mich doch hoch! Na, stelle ich als erstes mal das Wasser um. Nein! Runter da! Runter da! Doch. Äh, lass mich doch hoch, danke. Alleyop! Äh. Oh, habe ich jetzt kaputt gemacht? Ach, die wachsen an Bäumen! Das ist ja jetzt mal interessant zu sehen. Interessant, interessant. Fluros, die an Bäumen wachsen. Irgendwas ist nie, das Tier. Das auf jeden Fall nicht. Damit tue ich dem Baum weh. Damit gieße ich den Baum. Damit tue ich jetzt wieder dem Baum weh. Ach, die müssen an Bäumen wachsen. Mal sehen, was machst du denn? Okay, die saugen sich auch gegenseitig auf. Ach ne, der hat sich nur aufgerichtet. Hm. Ich glaube, das artet in... Nichts sonderlich gutem aus. Hopp. Hopp. Einmal dich hier wegmachen. Kommt, geht rein da! Aufmatschen. Aufmatschen. Jetzt. Danke. Ach, ich werde zwischendurch wieder so still. Wiii. 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 Einmal gegenrennen, alles kaputt machen. Wiii. Wiii. Okay, lass mich mal hier... Achso. Was passiert, wenn ich den Baum einfach jetzt... Nein, dafür will ich dich nicht. Achso, ich soll das Ding gießen? Aha, ich lerne. Ich gieße und gieße. Ich gieseler! Aha, du, hat, da hat er erst schon ein Auge bekommen. Komm her, Wasser! Putti, 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 putti. So, jetzt noch ein bisschen gießen. Nein, 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 nein! Nein! Obstmaschinen. Erstaunlich, die Bäume selbst scheinen die Quelle für die hiesige Reproduktion der Fluorus zu sein. Sie haben sich mit der Biologie der Bäume vermischt. Und obwohl diese Bäume durch reines Wasser wachsen, beinhaltet das Obst teilweise vollkommen andere Substanzen, die zwar nahezu organisch, aber dennoch für Fluorus passend aufgeladen sind. Das könnte für andere Anwendungen hilfreich sein. Ich hab mich grad schon gefragt, was ist das denn bitte für Musik? Naja. Gehen wir weiter durch die... War ich hier nicht schon? Hat hier nicht das Level angefangen? Naja. Ach. Ich darf erstmal hier hochklettern. Ich habe das Gefühl, die Kuppel da ist irgendwie... Hm. Ich vermute mal, ich muss das Ding so gießen. Das ist aber auch nur eine kleine Vermutung von mir. War das klug? Mehr oder minder, muss ich dazu sagen. Also... Hier bekomme ich Wasser her, gut. Gut, gut. Ich muss da irgendwie rein. Das ist der Knopf gedrückt, wird schön und gut, aber... Hmhm, 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 hmhm. Nein! Ach. Hass mich doch nicht. Nicht das? Sameninventar zugreifen. Kann ich dich nehmen und dich da fallen lassen. Und dich dann einmal wässern? Ja, du bist wirklich sehr klug. Danke, so kann ich dich einmal leersaugen. So, jetzt habe ich da... So, jetzt habe ich da... Rundum frei. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie... Irgendwie muss ich da einen reinschleusen. Springen wir mal... Springen wir mal... Ach, jetzt bin ich hier drin. Aha. Aha. Jetzt verstehe ich. Fällt er? Ach. Wieso fällst du denn nicht? Jetzt fällst du denn... Jetzt fällst du denn... Jetzt fällst du denn... Der fällt doch zum Beispiel auch. Oder der... Da entstehen zum Teil gerade vollkommen neue... Fluoros. Muss ich mal so anmerken. Hat sich der jetzt... Blöd, blöd. So weit. Brauche ich jetzt mal wieder Wasser, damit ich den Baum gießen kann. Ich muss ja den roten hier... Mir wieder da legen. Den mit dem roten Auge. Nee, ihr habt alle so gelb. Ich brauche einen mit dem roten. Ihr seid vollkommen neue, Fluoros, oder? Wenn ich jetzt noch verstehen könnte, was ihr wollt. Aha. Euer Bestreben ist es, eure Flüssigkeit immer wieder aufzusaugen. Jetzt verstehe ich. Piu. Ich finde euch süß. Okay, ich finde so gut wie alle Fluoros. Bis jetzt süß.